Auf gehts, auf gehts, höch, höch, höch! Euro Training, Euro Training, höch! Euro Training, höch! Der Kapp ist reingehen, wie gesagt, wirklich entkoppelt. Bleibt hinterher, ja das passt doch, so schaut das gut aus. Die Hände nicht, oder? Jetzt wird doch mal bitte in Wünsche. Winger, stell dir mal gescheit hi! Der Klotz ist hart, stell dir mal gescheit hi! Mit seinen kaputten Haxen! Ach, Gott, Gott, ach, Gott! Es muss rein, jetzt! Danke fürs Freiegeben! Hopp! Halt runter! Halt runter! Hopp! Halt runter! Ja! Ja! Na, müssen wir uns wieder aus dem Motor-Rugwärts-Gang treffen wir uns wieder in der Mitten Na, das ist nicht Freiegeben, gell? Martin, dass du jetzt denkst an deinen hinterhältigen Stoß kannst du deinen Konter-Hemden ins kühle Nass stoßen, das machen wir nicht Der Doktor Haus, was macht der? Hopp! 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 Der Kampf ist wieder Freiegeben Jetzt geht's wieder los mit Feuergestrahlung! in der Geschwindigkeit Es sind ja teilweise 35 Minuten Es ist wie Spargel gesteckt Einfach Speyer und los! Mal schauen! Mal schauen! Mal schauen! Mal schauen! Heiner, was sagst du denn, hoooィck? wir sind in Quoten Und dreamed Im Heine ist Schlecht worden Lois Also gut Wer trotet man? Wir sind keine Jungen. Wirklich laut sein. Kaffee ist freigend. Nicht Durst und so. Jetzt sind wir nicht schmarrt. Einer? Was ist denn da los? Große Lob. Haben wir da gespielt? 2. 3. 3. 3. 3. 4. 1. 3. 3. Ja, wer ist bei der Energie? Der Hannes bei der Energie. Und warum wollen wir es kennen? Hannes, schwimmen, nicht stoßen. Eurotraining, Eurotraining, hey, hey, Eurotraining, Eurotraining, hey. Boots! Au, 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 hu, hu.